Stefan Andres war zu einer Aufnahme beim bayerischen Schulfernsehen in München Freimann erschienen. Wie meist mussten er und sein Interview lange warten, bis die Technik so weit war. Während der Wartezeit unterhielt man sich über dies und jenes und kam auch auf das Zölibat zu sprechen. Ich glaube nicht, meinte Andres in seiner freimütigen Art, dass den Mönchen die Enthaltsamkeit lange zu schaffen macht. Ein Glied, das nicht im Gebrauch geübt wird, stirbt ab.